Na, Sonntagnachmittag. Erstmal einen reinpumpen. Marco! Timo! Was verschlägt dich hierher? Ich habe mich ja ewig nicht in... Gehe ich gar nichts an. Willst du hier etwa trainieren? Gehe ich gar nichts an. Aber es sieht so aus, als würde ich trainieren. Und zwar nach einer sehr langen Trainingspause. Ich habe vier Wochen nicht trainiert. Und heute ist das dritte Training. Nach dem Wiedereinstieg. Dementsprechend bin ich klein und schwach. Und fange auch wieder klein an. Also gibt es heute mal wieder einen Oldschool-Trainings-Vlog auf die Augen und Ohren. Ist das korrekt? Alles klar. Wir machen Bankrücken, wir machen Kreuzheben, wir machen Pendel-Rows. Wir halten es einfach, es ist simpel. Big on the Basics. Nicht so viel Schnickschnack. Einfach ein gutes altes 3x8 in allen Grundübungen. Und dann Bizeps-Trizeps-Pump. Man munkelt, es wird heute auch wieder einen Experten-Tipp der Woche geben. Den fetzen wir direkt am Anfang des Videos raus. Wie ich schon sagte, Big on the Basics. Und das bin ich riesen Fan von. Und eine Sache, die so das absolute Basic ist, ist die richtige Rumspannung. Dazu gehört das richtige Bracing, die richtige Atmung. Und ich trage dafür jetzt im Warm-Up den Breath Belt. Also den schneide ich mir gleich um die Wampe. Und der liefert die ganze Zeit über Feedback und fördert die Zweckfellatmung. Damit ich schön im Bauch abatme und nicht hier oben in die Brust. Und damit das ein bisschen intensiver ist und noch weniger schockt, packt man hier so Tennisbälle rein in die Taschen. Und dann drückt das mehr in den Bauch und in die Hüftbeugemuskulatur und so. Und steuert das alles noch besser an. Und lockert das auch gleichzeitig ein bisschen. So, packst du da rein. Und dann schneidet man sich das Teil um. Unbezahlte Werbung für das Ding. Ich kriege nichts dafür. Ich bin einfach nur Fan. Das Ding hat drei Lagen. Immer schön fest zuziehen. Och, meine Güte. Und dann ist es unangenehm. Aber wenn ich jetzt atme, geht es automatisch immer hier in den Bauch. Und man kann halt auch beim Atmen richtig drauf aufpassen. Das bewusst auch eben nach außen entgegen drücken. So, das trage ich jetzt. Ich gehe mich jetzt ein bisschen geschmeidig machen fürs Benchen. Aber jetzt fangen wir nämlich an. Wir machen Bankdrücken und Pendler Rows im Supersatz. Bevor wir das machen, mache ich mich aber erst ein bisschen geschmeidig. Hüfte und so, bisschen Schulter und so, ein paar Überzüge und so. Und dann benchen wir. Und dann noch mal Kreuzheben. Also eine smarte Sache zum Lockern vom Bankdrücken ist immer der Hüftbeuger. Damit ich die Füße weiter nach hinten kriege. So, und man nimmt jetzt den Ball. Und er legt sich den in die Hüftbeuge. Aber immer tiefer ein. Hält die Spannung im Rumpf. Winkelt das Bein an. Und dann immer schön zur Decke strecken. Und ihr werdet merken, oder solltet merken, wie das Bein immer ein bisschen höher kommt. Also wenn es effektiv ist, merkt ihr, wie das Bein immer ein bisschen höher kommt. Sieht sehr geschmeidig aus. Danke. Dann die andere Seite nicht vergessen. So, was auch immer gut hilft, bei mir zumindest, ist den Arsch zu dehnen. Also allgemein die Hüfte zu lockern. Also Hüftbeuger und Gesäßmuskulatur. Und das Schöne ist jetzt halt, dadurch, dass ich die ganze Zeit schon eine Gürtel hier trage, schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich dehne meine Hüfte auf. Die ganze Zeit arbeite ich schon an der richtigen Atmung, an der Rumpfspannung. Ja, wenn wir ja schon unbeteiligte Werbung machen, gibt es den ja noch auf Amazon, oder? Ne, leider nicht. Achso. Den müsst ihr aber auf breathbelt.com kaufen. Es gibt nur einen Anbieter, das lädt Patent drauf. Ich habe immer noch von Donnerstag so heftig Muskelkater hier hinten im Oberschenkel. Heute ist Sonntag. Also, ey, wenn man vier Wochen nicht trainiert, ne, müsst ihr wirklich klein anfangen. Wenn man dumm ist und direkt wieder mit der Brechstange draufhaut, dann hat man eine Woche lang Muskelkater. Ja, da tut man sich keinen Gefallen. Dann bist du direkt wieder eine Woche raus. Ja, ist so. Also, wirklich klein wieder anfangen. Nicht da einsteigen, wo man aufgehört hat. Das funktioniert sowieso nicht. Nach vier Wochen ist die Kraft auch weg. Oder weniger. Also reduziert oder halbiert euer Trainingsvolumen von dem, was ihr vorgemacht habt. Wenn ihr sonst vier Sätze hattet, macht ihr jetzt zwei. Und dann macht ihr ein ganz geschmeihiges Training. Das wird vollkommen ausreichen. Das ist Dehn. Das sieht so toll hier hinten. Das ist für mich gerade eine Dehnübung. Hör mal, hässlich. Marco einfach der Schlangenmensch. Jungen, Alter. Das ist ja nicht mal ansatzweise gerade. Ah, nee. Gerade machen den Shop nicht. Ah, nee. Ein paar Überzüge. Auch ganz geil vom Bankdrücken. Weil das die den Latt aktiviert. Und dann könnt ihr leichter beim Bankdrücken diese Schulterdepression ansteuern. Hier solltet ihr die Schulter nach unten ziehen. Latt anspannen. Bisschen die Brust strecken und schön die Spannung halten. Und beim Überzug aktiviert man genau das. Also das finde ich immer sehr gut vom Bankdrücken einfach, um da die Spannung reinzukriegen. Die heiligen Hallen des Bankdrückens. Wuhu. War schwer? Nö. Zum Glück nicht. Gott sei Dank. Muss ich nach Hause gehen. Würde ich auch machen. Ich fühle mich einfach nur ungeschmeidig. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Junge, also. Du bist der ungelenkigste, ungeschmeidigste Typ, den ich kenne. Danke. Ja, wenn man Bankdrücken ist es, wenn ich die Brücke mache und danach aufstehe, ist es so. Ich meine, du bist ja auch schon relativ alt. Ich werde 28. Ja, aber mit 19 war das alles einfacher. Ich meine, guck mal, was habe ich jetzt gemacht. 6 wiederholen mit der Lernschlange. 5 mit 60. Ich atme schwer. Also es ist gut. Wenn man fett, unfit und unbeweglich ist, dann ist das Warm-Bot immer sehr kurz. Soll man schnell aufwärmen. Ich kann direkt mal mit dem Kilo machen, glaube ich. Oh wow. Wir müssen das Rudern nicht vergessen. Wir müssen mal rüber gehen jetzt und das Rudern aufbauen. Das wollten wir im Supersatz machen. Weil Supersätze sind... Super. Supersätze. Sehr zeiteffizient. Supersätze sind nicht irgendwie besser oder so. Aber man kann gut so, für den Oberkörper zumindest, die antagonistischen Muskelgruppen Supersatz machen. Weil das eine nimmt dem anderen nichts. Irgendwie so richtig. Das ist also schön zeitsparend. Ja, bin ich auch Fan von. Für Unterkörper würde ich es nicht machen. Das wäre jetzt nicht bei komplexeren Übungen. Also ich würde niemals Kniebeugen mit Kreuzlemsübersatz machen. Da ist ja ganz schön krank. Da kriege ich einen Herzinfarkt wahrscheinlich, wenn ich das mache. Oder ich muss beides irgendwie... So wird es irgendwie 20% meiner Maximalgewicht machen. Ja. Du müsstest nach dem Aufbauen schon erstmal eine große Pause machen. Alter ey. Ja, komm wir gehen mal rüber. Gerade noch im Rudern gewesen und schon bewegt er sich wieder zur Bank. Was eine Maschine. Einfach ein Macher. Ich würde ganz gerne 110 nehmen. Also mache ich jetzt nur nochmal so 3-4 Wiederholungen. Guck mal, wie schwer das ist. Und dann riskieren wir die 110. Und dann... Mein Güdel. Er riskiert die 110. Kann ich das Gewicht immer noch reduzieren, falls das zu schwer ist. Eigentlich lächerlich. Das ist so lächerlich. Ich habe ganz schön krass drauf heute am Sonntag. Herzlich, oder? Ja. Im Juni, als ich richtig im Training war, da habe ich 130 für 8 geschafft. Tja. Kurze Trauerminute. Ja. Es war aber auch ein Topsatz. Ich hätte nicht 3x8 noch 130 geschafft wahrscheinlich. Zuerst nicht zu der API. Er hat es geschafft. Ja, die waren schwerer als ich dachte. Ich habe ja einfach 8 Wiederholungen gemacht jetzt. Also, eine API 5-6 kann man dem schon geben. Oh Gott. Also sind 100 Kilo. Leider Gottes ausreichend. Traurigerweise okay. Ja, dann ist das so. Schlecht 105, mal gucken. Aber ich glaube, übertreibt man nicht. Was habe ich vorhin noch gesagt? Kleinen Anfang. Ja. Also machen wir genau das. Was interessiert dich dein Geschwätz von gestern? Geweint wird zu Hause. Hier wird jetzt fokussiert. Wir machen das, was auf dem Plan steht. Egal, wie viel Gewicht. Also lassen wir 100 Kilo. Kennt denn auf zum Rudern? Ja. Kleine Pause. Keine Pause. Das war's. Das war's. Ich bin immer noch so gefickt vom Donnerstag. So, die drei Durchgänge sind absolviert. Wie geht's dir jetzt Marco? Kaputt? Es war anstrengend. Ich merke meine Titten. Das gibt mir schon immer so gerade. Es ist enttäuschend, wie schwer es gewesen ist. Es ist enttäuschend, dass, obwohl man vier Wochen nicht trainiert hat, so gewisse Bewegchen irgendwie immer noch da sind, die man vorher auch hatte. Weil irgendwie ist es immer beim Bankrücken, wenn ich aus der Brücke hochkomme, ist die linke Seite, die Hüfte, der untere Rücken, was auch immer. Was ist das? Nee. Weißt du? Ja, müllig. Einfach müllig. Einfach müllig. Was gibt's Positives zu sagen? Naja, wir sind hier. Und machen das Beste draus. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine besten Tage hinter mir liegen. Ich weiß auch nicht. Man, weiß ich auch nicht. Man fällt immer so Bewegchen an. Und einige davon halten sich sehr hartnäckig. Oder kommen immer wieder. Wenn man einen schwachen Moment hat, dann ist es nervig. Dann nagt es an der Seele. Meine Güte. Ja, aber wir skippen doch kein Kreuzheben, habe ich vorhin entschieden. Wir machen das einfach. Wenn auch dann nur mit sehr wenig Gewicht. Weil wichtig ist ja, dass eine gewisse Routine wieder reinkommt nach 4 Wochen Lichttraining. Und dass man einfach das macht. You know? Und wenn wir es nur mit 140 Kilo machen, dann machen wir es nur mit 140 Kilo. Also ist das jetzt das nächste, was auf dem Zettel steht. Und dann war es das ja eigentlich auch schon. Danach ist es noch ein bisschen Bizeps-Rizeps. Von daher kann man sich auch durchs Kreuzheben quälen. Und dann dann. Auf geht's, oder? Auf geht's. Wie viel kann das denn? Auf geht's zu Pause. Wie viel kann. und? ja, easy ok ein Glück ein Glück ja, ansonsten lassen wir es jetzt dabei, ich will nach Hause und duschen, ich habe keinen Bock mehr das Training war nicht so rosig, aber wir haben es hinter uns gebracht wichtig ist halt, dass wieder eine gewisse Routine reinkommt nach vier Wochen, deswegen habe ich es jetzt ja auch nicht geskippt ansonsten ist ein 3x8 mit 140 bis 160 Kilo natürlich ziemlich lächerlich aber wir haben etwas besser draus gemacht so ist es, Erkältung und so, es wird euch ja genauso gehen, Erkältungszeit ist ja voll aktuell jetzt lasst euch nicht unterkriegen ansonsten sehen wir uns im nächsten Video Likes und Comments sind erwünscht, Abos natürlich auch ja, tschüss ja, tschüss